Hallo YouTube, heute möchte ich euch einmal den Guide geben, wie ihr mit Ghost Rider den Threat Raum absolvieren könnt. Wir werden uns zunächst einmal meine Karten anschauen. Ich versuche euch zu erklären, wie ich sie eingesetzt habe. Und dann könnt ihr euch das Replay in aller Ruhe anschauen. Steigen wir einmal ein. Rache habe ich mit aufgenommen, weil es sehr viel Schaden macht. Und wir den Gegner zurückwerfen in eine x-beliebige Richtung. Auf jeden Fall eine sehr schöne Damage-Karte. Dann habe ich die Sichel-Kette mit reingenommen. Wir erleiden zwar Schaden, den bekommen wir aber doppelt und dreifach zurück. Von daher, das ist nicht das Problem. Kraftvolles Zurückwerfen, sehr schöne Fähigkeit. Gerade hier für diese Herausforderung. Wir können die Gegner beliebig platzieren, hin und her kicken und natürlich auch so Schaden aufbauen. Dann habe ich einmal den Höllenschlund mit aufgenommen, um Heldenmut aufzubauen. Und auch Opfern. Bei Opfern kriegen wir auch zwei Heldenmut. Und wenn die Gegner sterben, explodieren sie. Wenn ihr sie geschickt in eine Richtung kickt, wo viele Gegner stehen, könnt ihr auch einiges an Damage machen. Dann habe ich zweimal Seele entziehen mit aufgenommen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, eine einzige Karte reicht. Später hatte ich so viele Seelenentziehen-Karten, dass ich gar nicht mehr wusste, wohin damit. Und der Bedarf an Heldenmut wird immer höher und höher. Also wenn ihr die Karte mitnehmen wollt, maximal eine. Und die andere könnt ihr dann durch Sichel-Kette oder Rache auswechseln. Ich hatte diese Karten leider nicht doppelt, deswegen konnte ich das nicht machen. Und Zorn der Hölle, auch eine sehr schöne Damage-Karte. War bei mir später die Damage-Karte mit dem meisten Damage-Output. Die staggen immer höher und höher. Ich glaube zum Schluss hatte ich über 800 Damage, den ich raushauen konnte. Somit könnt ihr mit einem Heldenmut garantiert jeden Gegner platt machen. Deswegen habe ich sie zweimal mit aufgenommen. Sehr schöne Karte. Solltet ihr unter Umständen auch mitnehmen. Das Wichtigste hier ist wirklich die Gegner mit dem Kicken hin und her zu platzieren. Die dort hinzubringen, wo möglichst viele Gegner stehen. Damit ihr dann mit dem Opfern, auch wenn sie sterben, eine große Explosion habt. Wenn ihr dabei selber getroffen werdet, ist das nicht ganz so schlimm. Den Damage kriegt ihr auch zurück. Und Seele entziehen solltet ihr auf jeden Fall nur ein einziges Mal mitnehmen. Was eventuell noch sinnvoll sein könnte, wäre der Hellride. Aber davon auch nur eine einzige Karte, weil sie auch sehr heldenmutintensiv und lastig ist. Die kann euch damit aber auch jeden Gegner aus dem Weg räumen. Aber mein Favorit ist Thorn der Hölle. Den solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Damit kriegt ihr alles platt. Soviel erstmal zur Theorie. Springen wir einmal ins Replay. Das ist Zeit. Alle, die der Mutter dienen, sind verdammt. Mach Platz für Rafe! WuTabler Schnellern Geil Niemand wird verlaufen. Meine Kraft kennt keine Grenzen. Nur hier. Ich werde alles sehen, was du getan hast. Du holst mir nicht! Du wirst die Abwehr machen. Ich muss das nicht mehr vergangen werden. Ich bin die Abwehr. Ich darf die Abwehr wissen, wie sie das nicht mehr sind. Ich bin die Abwehr. Ich bin die Abwehr. Ich muss das nicht mehr anstecken. Ich bin die Abwehr. Das ist schon ein Beispiel. Es ist schon ein Abwehr. Macht euch bereit. Lilith hat dich zur Hölle verbracht. Du wirst genauso leiden wie sie. Du wirst mit Täterschaft im Untergang geweiht. Du wirst mit Täterschaft im Untergang geweiht. Geistlose Mitläufer erleiden das gleiche Schicksal. Geistlose Mitläufer erleiden das gleiche Schicksal. Wir werden die Folie verhören und die Seele schüren. Du bringst selbst das Urteil über dich. Du wirst mit Täterschaft im Untergang geweiht. Du wirst mit Täterschaft im Untergang geweiht. Ich akzeptiere dein Sehnsatz. Spür dich als erinnere. Nur ein Name würde sich gegen uns erheben. Dein Leiden beginnt. Du wirst ihr noch so leiden wie sie. Alle werden die Gräser. Wir werden die Feuer der Hölle der Seele schüren. Dies wird ein Ende sein. Eine Ewigkeit des Leidens erwartet dich. Ich werde alles sehen, was du getan hast. Das jüngste Geringen. Jetzt weißt du, was Schmerzen sind. Du bringst selbst das Urteil über dich. Deine Zeit hat gekostet. Es gibt noch viele, über die es zu richten gilt. Nur die Unschuldigen. Lillith hat dich zur Hölle verdammt. Deine Zeit war gekommen. Die Hölle hat dich erwähnt. Alle die der Mutter dienen sind verdammt. Geistlose Mitläufer erleiden das gleiche Schicksal. Geistlose Mitläufer erleiden das gleiche Schicksal. Geistlose Mitläufer erleiden das gleiche Schicksal. Die Kraft wächst weiter. Ihr werdet alle gerichtet. Die Alte! Kenne ihre Angst! Du bringst selbst das Urteil! Dies wird dein Ende sein! Niemand kann mir entkommen! Nur ein Mann muss gegen uns gegen ihn! Lilith hat dich zur Hölle verdammt! Die Alte! 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 über dich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017